Egal. Egal, egal, los geht's. Hey Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir gucken uns heute die Fritzing Software an. Ich bin Stefan von Start Hardware und los geht's. Was ist die Fritzing Software? Tja, die Fritzing Software, damit kann man elektronische Schaltungen dokumentieren. Ideen teilen, schematische Darstellungen herstellen und sogar Platin-Designs entwerfen und mit dem Fritzing Fab Service sogar herstellen lassen. Fritzing gibt's selber bei fritzing.org. Hier in der Download-Sektion kann man für 8 Euro die Fritzing Software runterladen. Ziemlich fairer Preis, damit wird diese ganze Infrastruktur mitbezahlt. Und die Fritzing Software selber sieht dann so aus. Das gibt also hier diese Breadboard-Ansicht und ich gehe mal davon aus, ihr kennt ganz viele von den Fritzing-Schaltungen. Ja, nicht zuletzt von meiner Website, denn ich benutze natürlich super viel von Fritzing-Breadboard-Ansichten. Zum Beispiel hier, um Platinen zu dokumentieren, sodass man die Projekte gut nachbauen kann. So, Fritzing Software, ja, vielleicht zur Transparenz auch. Ich habe selber, ich glaube, 3 oder 4 Jahre bei Fritzing gearbeitet, ganz am Anfang und bin daran sozusagen nicht ganz unschuldig. Ist aber schon ein bisschen her, aber immer eine gute Zeit. So, genug Vorrede, jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben also hier ein Breadboard und auf dem Breadboard können wir viele Bauteile platzieren. Zum Beispiel hier diese LED, die kann ich jetzt hier einfach reinsetzen. Ah ja, ein Fritzing vielleicht nochmal dazu. Die LED hat hier so einen kleinen Knick drin. Das soll sozusagen das lange Beinchen von der LED darstellen, also die Anode. Und wenn man hier über diesen Punkt rüber fährt mit der Maus, dann sieht man auch so einen kleinen Power-Tip, Anode und Kathode. Ja, packen wir jetzt mit hier rein und, ja, jetzt brauche ich noch einen kleinen Widerstand. Hier ist einer, den ziehe ich hier einfach aus diesem Bauteilefenster raus, drehe den einmal um und platziere den hier über diesem Spalt. Alle Punkte, die dann verbunden werden, werden grün und wenn ich hier auf einen raufklicke, dann leuchten alle gelb auf, die miteinander direkt verbunden sind. So, jetzt brauche ich natürlich noch ein Arduino dazu. Das hole ich mir hier raus und, ja, platziere das irgendwo und verbinde jetzt hier die Seite von diesem Widerstand mit dem Pin Nummer 9. Das heißt, ich klicke jetzt hier einfach auf so ein Loch rauf, fahre die mit der Maus raus. Man sieht an der Maus, dass da so ein kleines, ja, Kabelrollensymbol entsteht und dann kann man direkt da ein Kabel mit rausziehen. Die Seite hier verbinde ich mit dem Ground und möchte aber hier die Kabelfarbe ändern. Dafür kann man hier raufklicken und hier in diesem Bauteilinspektor kann man hier einfach auf schwarz klicken oder alternativ kann man natürlich einen Rechtsklick drauf machen. So, wenn ich jetzt hier irgendwo in das Kabel reinklicke, dann entsteht hier so ein Biegepunkt und mit gedrückter Shift-Taste rastet der auch in 45 oder 90 Grad Winkeln ein. So, damit habe ich jetzt hier schon eine ganz schöne Schaltung hergestellt. Fritzing kann übrigens nicht simulieren, das heißt, ich kann jetzt hier nicht irgendwo auf Play drücken und die LED fängt an zu blinken. Dafür ist die Software nicht gemacht und ist bei der Vielfalt der Bauteile natürlich auch sehr, sehr komplex. Auf jeden Fall ist diese Schaltung jetzt hier für uns erstmal fertig. Jetzt gucken wir uns mal die Schaltplanansicht an. Die kennt ihr ja vielleicht noch aus dem Physikunterricht oder vielleicht seid ihr ja selber Ingenieure. Da ist natürlich die Schaltplanansicht viel aus- oder aussagekräftiger. Weil macht das schon Sinn, sich mit den Schaltsymbolen zu beschäftigen und mit den schematischen Darstellungen, denn das macht einem das Lesen von Schaltungen nochmal deutlich einfacher. So, ich werde jetzt mal hier diese Bauteilbeschriftung nochmal drehen im Uhrzeigersinn, dass das alles ein bisschen leichter lesbar wird. Ups, Bauteil, nur die Beschriftung. Und jetzt können wir hier mit einem Doppelklick auch diese Strichellinien in Reste-Linien umwandeln. Ich habe jetzt hier einfach wieder irgendwo raufgeklickt, dann entsteht wieder so ein Biegepunkt und mit gedrückter Shift-Taste kann ich das hier her schieben. Und dann sieht das schon wieder ein bisschen entspannter aus. So, jetzt haben wir hier die schematische Darstellung fertig und kann jetzt diese Ansicht ja auch mit anderen teilen. Und dann nochmal einen ganz guten Überblick, wie die ganzen Sachen jetzt thematisch miteinander verknüpft sind. Jetzt nehmen wir die dritte Ansicht, das ist die Leiterplattenansicht. Hier sehen wir diese ganzen Symbole sehen jetzt plötzlich ganz anders aus. Das ist jetzt also der Footprint von dem Bauteil. Das hier ist zum Beispiel der Footprint von der LED. Footprint bedeutet Fußabdruck. Und wenn ich eine LED auf einer Platine platzieren möchte, dann stecke ich ja die Beinchen von der LED einfach in so kleine Löcher rein. Und das hier ist sozusagen genau diese Darstellung von Löchern. Die Platine selber ist hier dieser graue Bereich. Den möchte ich gerne aber als Arduino Shield haben. Was ist ein Arduino Shield? Arduino Shield. Das können wir uns mal hier kurz in der Bildersuche ansehen. Denn das sind also Platinen, die man direkt oben auf das Arduino Board drauf packt und hat damit sozusagen eine sehr stabile Verbindung. Dafür braucht man nur solche Pinheader oder so ähnliche Pinheader mit einzulöten. Und kann dann sozusagen die eigene Schaltung Huckepack auf das Arduino Board draufsetzen. Das ist dann eine sehr, sehr stabile Verbindung. Dafür hätte ich natürlich gerne eine Platine in einer Arduino Form. Dafür kann man hier in dieses Inspektor Fenster wieder reingehen. Inspektor Window. Und hier auf Arduino Shield klicken. Und dann entsteht also diese Shield Form. Das ziehe ich jetzt hier einfach ganz genau auf diesen Arduino Footprint auf. So, dass die miteinander übereinstimmen. Und jetzt kann ich hier meine Bauteile einfach auf diese Platine raufziehen. So. Und den Widerstand muss ich noch einmal drehen. Man sollte darauf achten. Ups. Entschuldigung. Ja, man sollte darauf achten, dass sich diese gestrichelten Linien so wenig wie möglich überkreuzen. Das macht das Routen, also das Herstellen von diesen Leiterbahnen und das Platzieren von diesen Leiterbahnen einfacher. So, diese Beschriftung drehe ich jetzt einfach mal um 180 Grad. Und jetzt müssen wir aus diesen gestrichelten Linien halt Leiterbahnen machen. Das geht einfach wieder mit einem Doppelklick. Die werden jetzt orange. In Arduino ist es so, dass Arduino mit zweiseitigen Leiterbahnen arbeiten kann. Das heißt, da kann man Leiterplatten oben und unten platzieren. Und dabei ist orange unten und gelb wäre oben. Wenn ich hier zum Beispiel diese Leiterbahnen auf die Oberseite verschiebe, dann wird das gelb. Wenn ich die Platinen jetzt aber zum Beispiel auf einseitigen Leiterplatten herstellen möchte, dann muss man natürlich darauf achten, dass die Leiterbahnen alle auf der gleichen Seite sind. Ich platziere hier nochmal diese Bauteilbeschriftung ein bisschen woanders. So, und das war es im Grunde genommen. Jetzt kann man die Platine hier exportieren. Ja, gucken wir mal. Das gibt jetzt hier mehrere Optionen. Man kann das zum Beispiel AdSpa, PDF oder als SVG exportieren, wenn man die selber herstellen möchte. Dann entsteht schon ein ganzer Ordner voller unterschiedlicher Dateien. Auch alle Dateien immer in gespiegelter Variante. Je nachdem, wie man diese Platinen jetzt für sich selber herstellen möchte. Ansonsten gibt es hier auch das Gerber-Format, mit dem man die Platinen jetzt auch bei irgendeinem Platinen-Service herstellen lassen kann. Schürzinger hat einen eigenen Platinen-Service-Partner. Und da, wenn man jetzt hier unten auf Herstellen klickt, dann sieht man, oder wenn man auch nicht raufklickt, sondern nur mit der Maus rüberfährt, dann sieht man schon, was die Platinen kosten. Eine Platine 10,54 Euro, 12 Platinen 2,01 Euro. Also ziemlich guter Preis, behaupte ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann komme ich direkt zu dem Partner von Fritzing Eisler. Und hier drüber kann man dann sich einen Account erstellen, die Fritzing-Datei einfach hochladen. Und dann hat man, glaube ich, so zwei Wochen später, ich weiß nicht genau wie lange, aber es dauert wirklich nicht sehr lange, hat man seine fertige Platinen zu Hause und kann die Bauteile einlöten. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um sofort zur eigenen Platinen zu kommen. Wenn ihr noch keine Platinen hergestellt habt, das ist auf jeden Fall super cool. Kann ich euch empfehlen, das mal zu aussuchen. Das war es im Grunde. Wir haben jetzt hier unsere Leiterplatte, wir haben unseren Schaltplan, wir haben jetzt hier unsere Fritzing-Diagramm-Breadboard-Ansicht. Das würde ich sagen, war es jetzt mal für dieses Mal. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, guckt auch mal auf Start Hardware vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer in ein, direkt in Fritzing ein. Alles Gute. Ich freue mich, Stefan. Ich freue mich, Stefan.